Hallo hier ist der Daniel von Session und ich zeige euch heute eine neue Digitalfunkstrecke aus dem Hause Schur mit dem Beta 58A und dem GLX-D4. Ja und da sind wir auch schon hier mit unserer Beta 58A Funkstrecke von Schur. Wieder ein ganz neues Schmankerl, das ist hier der GLX-D4 Empfänger. Ist ein Digitalempfänger, sendet auf 2,4 Gigahertz. Das heißt da habt ihr keine Probleme mit irgendwelchen LTE-Bändern, die da jetzt im Moment ausgebaut werden für die ganzen Handys und alles. Das Ding ist wirklich safe. Das einzige, wo ihr hier noch mit in Berührung kommen könnt, ist WLAN. Ist aber kein Thema, weil diese Funkstrecke sendet gleichzeitig auf drei Frequenzen. Falls da einer davon mal schlapp machen sollte, schaltet das Ding automatisch um auf die nächste. Ist überhaupt kein Problem und sucht sich dann wieder eine neue freie. Wir haben bei der Funkstrecke die Möglichkeit bis zu acht Stück parallel laufen zu lassen und was wir hier auch noch alles an Möglichkeiten haben hier vorne. Zum einen sieht man hier so eine kleine Klappe. Da kann man den mitgelieferten Akku laden. Was ich sehr geil finde, weil die wenigsten Funkstrecken kommen mit einem eigenen Akku, sondern werden immer mit so Batterien betrieben. Der Akku hier hat eine Batterielaufzeit von bis zu 16 Stunden, wenn man den voll lädt. Das heißt da kann man locker jeden Gig mit bestreiten und auch bei kurzen Ladezeiten, eine Viertelstunde oder sowas kann man schon bis zu anderthalb Stunden spielen. Das ist schon einiges. Ansonsten, was wir hier auch noch Schönes haben, dadurch dass es eine Digitalfunkstrecke ist, können wir das Gain regeln und zwar das Gain von unserem Handsender am Empfänger. Das ist sehr geil. Das heißt wir können sagen, okay, wir gehen ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr Pegel. Wenn ihr da einen habt, der bei euch am Mischpult sitzt, der kann da natürlich immer ein Auge drauf werfen und kann sagen, oh jetzt seid ihr ein bisschen lauter geworden. Ich regele das gleich hier am Empfänger mal ein bisschen runter. Ansonsten sehen wir neben dem Gain hier gleich auch die Eingangslautstärke vom Audio. Wir sehen die Batterielaufzeit in Stunden und Minuten. Auch eine sehr schöne Sache. Und ansonsten sehen wir hier drüben noch den Channel, auf dem wir gerade funken. Wir können in drei verschiedenen Gruppen funken. Da gibt es einmal eine Gruppe, da laufen bis zu vier. Eine Gruppe, da laufen bis zu fünf. Und eine Gruppe, da laufen bis zu acht Funkstrecken gleichzeitig. Und in diesen Gruppen gibt es wieder verschiedene Channels, die untereinander dann natürlich kompatibel sind. Die stellt man dann hier unten mit dem Knopf ein. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, den Empfänger und den Sender zu linken. Das machen wir natürlich ganz am Anfang. Das heißt einfach hier auf den Link-Button drücken und dann auch bei dem Handsender auf Link. Und dann haben die sich beide gefunden. Und dann kann es direkt losgehen. Dann habt ihr auch direkt schon Signal. Ist eine super einfache Sache. Ihr habt auch hier wieder keine Untermenüs. Das ist sehr schön für die Bedienung eben. Und ja, dadurch, dass es eben eine Digitalfunkstrecke ist, habt ihr auch gegenüber den Analog deutliche Vorteile. Ihr habt mehr Dynamikumfang. Ihr habt ein größeres Frequenzspektrum, was übertragen wird. Nämlich der komplette hörbare Bereich des Menschen. Und ihr habt eine etwas kürzere Reichweite. Das ist aber auch der einzige Nachteil. Aber die Firma Schur sagt, bei freiem Feld bis zu 60 Meter. Und ja, da muss man auch erstmal hinkommen auf jeden Fall. Ansonsten habe ich hier noch den Handsender in der Hand. Da ist relativ wenig dran. Wir haben hier nur den An-Aus-Knopf. Wir können hier unten den Deckel abnehmen. Darunter haben wir lediglich den Akkusitzen. Und noch einmal den Link-Knopf, um das Ganze zu verlinken. Deswegen lohnt sich gar nicht, dass man den hier aufmacht. Ansonsten ist das Ganze Schur-typisch. Sehr, sehr gut verarbeitet. Es klingt hervorragend. Nichtsdestotrotz, ja, also die Firma Schur ist ja schon seit über 40 Jahren da im Zugang und baut einfach sehr, sehr geile Mikrofone für den Live-Bereich. Gibt kaum was Vergleichbares. Und ja, von daher, das ist die Digitalfunkstrecke. Wir haben sie bei uns im Laden. Ihr könnt sie gerne anchecken. Von daher würde ich einfach sagen, schaut mal vorbei in Frankfurt, in Waldorf, einer unserer Filialen. Und checkt das Ding mal an. Nehmt es mit, testet es aus. Ich bin der Daniel und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin der Daniel und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.